Einen belautschen guten tag mit euch und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal ich möchte eine neue reihe starten oder halt eine neue serie und zwar wird die set up heißen ich habe auch schon da ein formular erstellt mit dem ihr teilnehmen können und zwar ist ja gefühlt mein zimmer eine 24 7 dauerbaustelle und ich dachte mir ich finde es einfach geil auf setups zu reagieren und deswegen dachte ich mir ja machst du das einfach mal selber und in dem format könnt ihr mir halt eure setups einschicken ich werde darauf reagieren euch tipps dazu geben und dann auch noch speziell tipps dazu geben nicht zum beispiel dass ihr zum beispiel ein begrenztes budget habt was ihr ausgeben können und dann empfehle ich euch sonst was was ihr euch überhaupt nicht leisten könnt da tue ich dann auf jedes setup speziell einzeln darauf reagieren und verbesserungsvorschläge im rahmen des budgets oder einfach vorschlagen was man besser machen könnte ich schalte hier einmal eben um auf die browser aufnahme ja funktioniert super so und zwar habe ich hier ein setup setup formular erstellt name alter bei namen müsse neue vornamen eingeben dann wofür nutzt ihr euer setup oder wenn ihr ganzen gaming raum habt dann ein wofür ihr ganzes setup room nutzt woraus euer setup bzw raum besteht monitore setup pc konsole mikrofon was auch immer ihr habt wie viel es ungefähr wert ist dann zusätzliche informationen wie zum beispiel habt ihr euch über paar monate oder über paar jahre angesammelt habt ihr manches vielleicht geschenkt bekommen oder sonst was dann hätte ich hier natürlich logischerweise bilder das ganze bitte im querformat und 16 zu 9 also das ist hochformat und querformat ist so wie ich das haben will und dann bitte bei der kamera 16 zu 9 auswählen das haben nämlich viele nicht denke ich mal das ist nicht keine standard einstellung da steht zum beispiel 4 23 oder so ich brauche aber 16 zu 9 das wäre sehr schön wenn es auf eurem handy kein 16 zu 9 geht einfach das beste querformat aussehen und dann ist gut die roten stelle stehen übrigens für ein pflichtfeld hier ist zum beispiel kein pflichtfeld das könnt ihr auslassen wenn ihr da nichts reinschreiben braucht so ein erstes bild will ich im hellen haben damit ich auch alles sehe weil im dunklen zum beispiel wenn ihr leds habt dann kommt da was im dunklen mit rein da ist dann halt zum beispiel die led zu sehen oder sonst irgendwelche leuchteffekte was auch immer dann können die auch bei zusätzliche informationen zum beispiel habe ich ja wallpaper engine von steam und das sind ja animierte hintergründe wenn ihr sowas ungefähr auch habt könnt ihr das natürlich auch einschreiben dann ein bild vom setup beziehungs von der seite oder von oben also wenn ihr jetzt ein zb bei erstes oder zweites von vorn gemacht habt könnt ihr noch eins von der seite machen oder von oben wenn es aber spezielles gibt und dann hier fast von ein viertes bild von einer steuerzentrale damit meine ich jetzt den pc die konsole wo über ihr halt hier alles macht ihr bei mir ist zum beispiel hier mein pc die steuerzentrale und das fünfte das müsst ihr nicht machen könnt ihr aber das so da könnt ihr euch kreativ ausleben macht irgendwie eine montage am besten ohne copyright musik von eurem raum wenn ihr ihn habt oder paar kreative oder ein kreatives bild halt von eurem setup ich habe das ganze beschränkt auf ich war mal großzügig habe statt 10 mb 100 mb gemacht also ein video beziehungsweise euer bild darf maximal 100 megabyte betreffen alles drüber könnt ihr nicht hochladen und das ist dabei von 1 bis 5 hier so bei den anderen könnt ihr so viel reinschreiben wie ihr wollt bei name und alter oder setup wert da müsst ihr zum beispiel nur was kurz rein schreiben da habe ich dann auch nur ausgewählt dass ihr mir da kein roman rein schreibt warum auch immer aber ja jetzt erstmal hier wegschieben so da bin ich wieder ach moin der panda bär ist auch da sie ist wie immer komisch aus ne ja wenn ihr daran teilnehmen wollt wenn das in zukunft vielleicht auch sogar ein erfolgreiches format wird und ich damit auch dann durch youtube einnahmen gut verdienen können wir das auch gern dann irgendwann mit preisgeld machen und dann stimmt er darüber ab wird es auch machen dass wir nach jeder folge darüber abstimmen wer das beste setup hat und in zukunft machen wir das dann vielleicht auch noch mit preisgeld dass dann jemanden gutschein für sonst irgendwas bekommen passive card handy gut haben oder sonst was wenn es gut ankommen sollte und ja wenn ihr dann teilnehmen wollt das alles ist in der beschreibung verlinkt und dort könnt ihr halt euer setup einschicken das muss ich mal ein gutes setup sein ihr könnt auch nur ein laptop habe ich früher auch angefangen und ja schickt einfach euer setup ein auf gut glück und dann kommt es dann in den videos dran und dann werde ich ein paar besserungsvorschläge da geben wenn ihr wollt und dann würde ich sagen sehen wir uns bei einem neuen video haut rein und ciao leute